Dieses Video ist das zweite von vier Erklärvideos zum Caliope Mini. Hier erfährst du, wie man den Einplatinen-Computer startet und lernst die ersten Programme kennen. In der Verpackung steckt der Caliope, eine Batterie, ein Kabel und mehrere Heftchen. Der Caliope kommt mit einem Micro-USB-Kabel, das den Caliope über einen USB-A-Anschluss mit dem Computer verbinden kann. Er lässt sich aber auch über Bluetooth an einem Digitalgerät koppeln. Über das USB-Kabel bekommt der Caliope Strom. Es gibt auch die Möglichkeit, ihn über eine Batterie anzuschalten. Genau das machen wir jetzt mal. Der kleine Caliope steckt voller Technik. So sind zum Beispiel 25 LED-Lichter in der Mitte eingebaut. Darunter gibt es ein RGB-LED-Licht. Es gibt auch drei Druckknöpfe, das blaue A links, das rote B rechts und eine Zurück-Taste oben. Der Einplatinen-Computer hat aber auch eine Art Bewegungssensor, einen Lagesensor, der es bemerkt, wenn du den Caliope schüttelst. Der Caliope kann aber nicht nur fühlen, sondern auch Geräusche machen und hören. Wenn du den Caliope mit Strom gefüttert hast, startet die Intro-Sequenz, die dich auffordert, links die A-Taste zu drücken, dann rechts die B-Taste, anschließend beide Tasten zusammen und danach sollst du den Caliope einmal schütteln. Hier siehst du ja, dass er fühlen kann. Du kannst nun mit den Tasten A und B fünf Programme ansteuern, die mit den Zahlen 1 bis 5 auf den LED-Lichtern angezeigt werden. Willst du eins davon oder mehrere ausprobieren, dann schüttelst du den Caliope liebevoll, um das Programm zu starten. Das erste Programm ist ein Ja-Nein-Orakel. Du stellst dem Caliope eine Frage und drückst dann auf den A-Knopf. Der Caliope wird dann deine Frage mit Ja oder Nein beantworten. Hast du dem Caliope genug Löcher in den Bauch gefragt, kannst du durch das Drücken der Tasten A und B gleichzeitig zurück zu den anderen Programmen. Hier solltest du noch das Krach-O-Meter ausprobieren. Das ist Programm Nummer vier. Wenn die RGB-LED grün ist, ist es leise. Leuchtet sie aber rot, ist es zu laut. Die LEDs zeigen den Geräuschspegel. Hier siehst du nun, dass der Caliope tatsächlich auch hören kann. Probiere doch auch die anderen Programme aus, indem du hier das Video pausierst und dir Zeit nimmst, alles zu testen. Nun alle Programme ausprobiert? Aber das ist noch lange nicht alles. Der Caliope hat auch einen Flash-Speicher. Das ist wie eine kleine Festplatte, auf der man noch 25 weitere Programme speichern und abrufen kann. Hier siehst du, wie du die Programme starten kannst. Vielleicht probierst du auch hier einige aus, die dich interessieren. Eine Übersicht habe ich dir in der Videobeschreibung unten verlinkt. Du hast dir Zeit genommen, die Programme zu testen? Dann sage ich dir jetzt, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Du kannst nämlich unendlich viele Programme selbst neu erstellen, indem du den Caliope programmierst. Wie man das macht, zeige ich in meinem nächsten Video. Viel Spaß dabei!